Werder vermisst dich! Werder vermisst dich! Werder vermisst dich! Ich bin heute hier, weil es keine andere Möglichkeit gibt, meinen Widerstand zu zeigen. Es ist ganz klar, dass diese Regierung abgesetzt gehört, dass wir neue Wahlen brauchen und dass es nicht mehr so weitergeht, dass wir uns als Österreicher nicht gegeneinander aufhetzen lassen und dass es nicht so weitergehen kann. Woah, we're going to Ibiza! Woah, back to the island! Woah, now we're not in the party! Woah, Austria is finally free! Ich bin Engländer, das heißt, ich darf nicht einmal wählen, falls es Neuwahlen gibt. Aber dieser Regierung geht gar nichts. Neuwahlen, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Wir hoffen, dass sich jetzt wirklich etwas ändert, dass die FPÖ fix für immer draußen ist und dass auch die ÖVP etwas daraus lernt. Hoffentlich nicht so viele Zugewinne jetzt deswegen nur bekommt. Was fordern Sie jetzt? Rücktritt der gesamten Regierung. Dass die ganze Regierung zurücktritt und es Neuwahlen gibt. Weil so wie das jetzt abgelaufen ist, das funktioniert einfach nicht. Was sagen Sie denn zu dem Video? Das Video ist eine Frechheit. Man braucht sich nicht rausreden auf besoffen sein. Das war mit Absicht. Weil zu Beginn war man nicht besoffen. Ja, es ist völlig absurd, aber gleichzeitig hat es mich halt überhaupt nicht überrascht. Es ist eher arg, dass es so lange gedauert hat, dass irgendwer auf den Leim gegangen ist. Beziehungsweise, dass das irgendwer probiert hat. Ich habe die Ausschnitte gesehen und ja, was er sagt, geht überhaupt nicht. Er sagt, ja, es war eine besoffene Geschichte, aber das reicht nicht. Für Politiker ist es nicht genug. Wir stehen heute hier, weil wir alle ein Video gesehen haben. Ein Video, das uns bewegt. Was wir schon immer gewusst haben. Dass diese Regierung nicht unsere Interessen vertritt. Dass sie ihre eigenen Interessen vertritt. Dass sie den Staat Österreich als Selbstbedienungsladen verwendet hat. Für ihre Interessen und die der Freude aus der Wirtschaft. Was sie zauber, was sie zauber, was sie zauber, schau schau schau. Doch sie wird da, ihr seid nicht zufrieden. Wenn es um die Entzen geht.